Die nachfolgende Sendung ist nicht für Linksextreme geeignet. So, meine lieben Freunde, heute bin ich mal nach Bremen gekommen. Wie ihr seht, ich bin mal wieder ohne Kameramann, ich muss das Ding mal wieder selber halten. Marc, schön, dass du zu Hause... Nein, ich kann das selber. Jetzt möchten schon die netten Leute hier helfen, aber Marc, schön, dass du zu Hause geblieben bist. Ich mache das auch alleine hier. Und Marc, du hast eine Menge verpasst, denn hier in Bremen ist eine Menge los. Denn, meine lieben Zuschauer, hier ist heute eine Mahnwache. Demokraten gegen Gewalt. Und komischerweise wird gegen diese Mahnwache auch mal wieder demonstriert. Aber das ist natürlich klar. Alles, was gegen Gewalt ist, dagegen müssen natürlich gewisse Organisationen demonstrieren. Ich bin auch nicht ganz alleine hier. Ich laufe da mal eben hinterher. Der läuft gerade weg. Halt! Stehen bleiben. Ja, ich muss mal eben was regeln. Ja, meine lieben Zuschauer, es tut mir leid, aber der will gerade nicht. Aber den schnappen wir uns gleich. Denn haben wir, wie ihr ja wisst, RicoTV aus Osnabrück. Wir haben auch einen Osnabrücker, abgesehen von mir. Haben wir jetzt hier stehen. Moment. Den Christopher Jahn. Christopher, ich begrüße dich. Grüß dich, Rico, ja. Sag mal, warum bist du heute hier? Und bitte red ein bisschen lauter. Ich habe kein Mikrofon, sonst hört man schlecht. Also nicht nur ich, sondern wir sind heute hier wegen einer Botschaft, die wir in die Öffentlichkeit tragen wollen. Und diese Botschaft lautet Demokraten gegen Gewalt. Das ist keine Botschaft, die exklusiv für eine Partei wäre, weder für die AfD noch für eine andere, sondern das ist eine Botschaft, die für alle in der Demokratie wichtig ist. Und deswegen versteht sich das hier auch als eine überparteiliche Veranstaltung, die zum Ausdruck bringen will, Vorfälle wie letzte Woche gegen den Politiker Frank Magnitz von der AfD, aber auch andere Vorfälle, die auch auf der Webseite von Demokraten gegen Gewalt zu sehen sind, die sind in einer Demokratie nicht hinnehmbar. Und eine Demokratie, die sowas nicht präventiv auch bekämpft, geht einen gefährlichen Weg. Ja, aber dann freue ich mich, dass du hier bist und mich Osnabrücker nicht alleine gelassen hast, wie der Marc Mecklenburg. Ja. Kannst du ruhig mal eben in die Kamera sagen, Marc, du bist böse. Nein, das sage ich nicht. Da haben wir aber Glück gehabt. Gut. Danke, ich gehe mal weiter. Ich will da mal hinten hin, was da so los ist. Ja, das war der eine Osnabrücker. Dann haben wir... Im Gespräch? Nein? Komm, da gehen wir mal eben hin. Er guckt mich an, er hat mich gesehen. Hier haben wir den Alexander Tassens. Dann hat man das. Alexander, ich habe leider kein Mikrofon heute dabei, aber du hast ja eine gute Stimme, oder? Ja, muss ich laut sein. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Was ist hier los in Bremen? Was macht ihr hier? Wir haben ja schon seit vielen Jahren in Bremen hier die Höhepunkte des Linksextremismus mit vielen Angriffen auf uns, auf unsere Bundestagskandidatin, die im September letzten Jahres in ihrer Wohnung schwer beschädigt worden, beschädigtes Bad, beschädigte Küche. Bei mir war die Antifa ja auch schon mal. Und jetzt hast du halt unseren Landesvorsitzenden Frank Mangitz getroffen, zu dem wir hier natürlich heute stehen. Und ja, wegen dem wir hier gegen Gewalt insgesamt, gegen alle politischen Mandatsträger sind und stehen. Alle Bürgerschaftsparteien waren eingeladen. Leider ist wohl keine andere Fraktion der Einladung gefolgt. Also hier ist ja heute Demokraten gegen Gewalt. Genau. Was machen die denn da hinter der Absperrung? Sind die etwa für Gewalt oder warum demonstrieren die jetzt hier gegen? Ja, das nehme ich an. Sehr merkwürdige Rednern, wenn man ihnen zugehört hat, war da eben eine Islamexpertin, die gesagt hat, dass die weiße Meeresgesellschaft ihnen keine Räume gibt. Ich kann nur sagen, auch uns gibt die weiße Meeresgesellschaft keine Räume. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn ich das so höre, hier wird gegen Gewalt demonstriert und ein Islamexperte hält eine Gegenrede. Wunderbar. Läuft. Bremen, läuft. Alex, vielen Dank. Wir sehen uns noch. Sehr schön. Ja, dann wollen wir mal gucken. Tja, und hier dieser Platz. Wir sind hier übrigens am Theater am Goetheplatz. Da kann ich euch gleich nochmal ein schönes Bild zeigen. Hier ist komplett eingekesselt. Hier stehen, wenn ich jetzt mal gucke, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 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 vierzehn... Alleine jetzt kann ich siebzehn Polizeiwagen sehen und hier hinter mir, jetzt seht ihr die Polizeiwagen, Da stehen ganz viele Menschen, ist jetzt ein bisschen schlecht zu sehen, weil es dunkel ist, aber das sind alles die, die irgendwie Langeweile haben. Dann schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Also offiziell geht es los in 22 Minuten. Aber das schneiden wir, dann geht es schneller. Ja, ich bin jetzt immer noch hier. Es ist saukalt und ich denke mal, wir gehen mal langsam zurück. Und da sehe ich gerade den Herrn Emden. Den Herrn Emden schnappen wir uns jetzt mal. Da sind wir. Der hat nämlich vorhin schon... Jetzt sind wir hier bei dem Herrn Emden. Ich drehe mich mal. Da sehen wir. Er ist am Arbeiten, denn immerhin hat er vorhin aus Versehen ein Glas kaputt gemacht. Das muss er natürlich jetzt auch wieder aufstellen. Und jetzt? Jetzt gehörst du mir. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Liebe Zuschauer, wer es nicht weiß, das ist der... Ich verwechsel das mal. Christoph Fehr oder Christoph Fehr? Manchmal komme ich immer mit Christoph. Christoph Emden, Landtagsabgeordneter der AfD in Niedersachsen. Genau. Aber du bist heute gar nicht in Niedersachsen. Du bist heute... Ich muss doch die Kamera eben so ein bisschen... So. Du bist heute gar nicht in Niedersachsen. Du bist heute in Bremen. Genau. Könntest du mal meinen Zuschauern erzählen, warum du in Bremen bist? Und bitte ein bisschen Stimme, weil ich habe heute kein Mikrofon dabei. Oh, bitte mach mal. Ja, warum bin ich hier? Ich finde das gut, dass es dieses Aktionsbündnis Demokratie gegen Gewalt gibt. Was hier in Anbetracht der zunehmenden Übergriffe auf Politiker... Ich bin ja nicht selber einer davon, der zum Glück noch keinen Übergriff gefahren hat, aber der natürlich auch Sorgen zwischen Macht und Angst hat davor, dass es uns losieren kann. Also bin ich sehr froh, dass es dieses Bündnis gibt, dieses Aktionsbündnis. Und das ist halt die erste Veranstaltung dieser Art. Und das gilt es natürlich zu unterstützen. Heute... Ich habe ja gesehen, der Herr Magnitz ist auch heute hier. Vor einer Woche hatte er ja leider diesen schweren Zwischenfall. Wie gefährlich siehst du die Entwicklung der politischen Gewalt oder der Gewalt gegen Politik mittlerweile aus dem linken Spektrum, so formuliere ich das mal. Das wird ja immer schlimmer, finde ich. Wie siehst du das? Ja, das wird doch schlimmer. Das ist ja... Es gab jetzt eine Reihe von Übergriffen. Da war der Bombenanschlag in Sachsen auf das Parteibüro, kurz danach dann der Angriff... In Dürwing? Dürwing, ja. Dürwing, glaube ich. Ich glaube, das ist Sachsen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich meine, das sei Sachsen. Ich hatte Dürwing, ehrlich gesagt, vorher nicht, aber man hat mir gesagt, das sei in Sachsen. Ja, die Schlagsahne werden höher und die Brutalität nimmt zu. Ich meine, dass es Übergriffe gibt wie beschmierte Fassaden oder eingebauten Fensterscheiben. Daran haben wir es doch fast schon gewöhnt, so traurig das ist. Der Unterschied ist jetzt, dass die Intensität zunimmt. Die Gewaltbereitschaft auf den Herr Magnitz hat eine ganz andere Qualität als eingebauten Fensterscheiben. Ein Bombenanschlag, wir hätten ohne weiteres Menschen zu Schaden kommen können durch die Detailation. Das heißt also, hier sind offensichtlich Tempschwellen weggefallen. Und das bereiten wir große Sorge. Gut, dann hoffe ich mal, dass du heute auch wieder heilig nach Hause kommst. Weil wenn ich da hinten mal hingucke, das ist nicht wenig, was hier ist. Ich meine, das ist Bremer, ne? Ja, genau. Ja, es ist mutig, aber es war natürlich klar, dass es hier passieren muss, weil hier vor einer Woche ja der Übergriff auf Herr Magnitz war. Insofern ist das sicherlich der richtige Ort. Ich hoffe, dass dieses Aktionsbündnis weitergehen wird. Ich hoffe, dass es auch wirklich überparteilich ist. Es ist ja ein überparteiliches Aktionsbündnis, auch die Überparteilichkeit. Aber wo sind denn die anderen Parteien? Ich sehe ja nur... Die sind eingeladen worden. Also ich glaube, es ging ein bisschen auch darum, dass sehr schnell in den Kreisen kooperiert wurde. Das sei ja eine AfD-Verschein, was völlig falsch ist. Das Aktionsbündnis ist eben kein AfD-Wurmfortsatz oder was auch immer. Und das hat nichts mit der AfD zu tun, außer dass sich natürlich AfD-Personen darin auch organisieren, weil wir ganz klar diejenigen sind, die als erstes mit Gewalt zu rechnen haben. Insofern ist das natürlich ein besonderes Anliegen. Aber ich denke, alle demokratischen Kräfte sollten sich bei dem Aktionsbündnis Demokraten gegen Gewalt auch entsprechend organisieren. Das ist super. Ich danke dir. Wir sehen uns nachher nochmal, weil wir haben ja im gleichen Parkhaus geparkt. Auf dem Rückweg haben wir, habe ich gehört, eine Polizeieskorte. Da filme ich natürlich nochmal ein bisschen und dann gucken wir mal, wie wir nachher zurück zum Auto kommen. Alles klar. Bis später. Oh, während ich hier gerade geredet habe, wurde ich gerade eingekreist von Lichtern. Ja, da haben wir mal wieder gehört. Demokraten gegen Gewalt. Und ich sehe hier keine CDU, keine SPD, keine FDP, keine Grünen. Ganz im Gegenteil, die sehe ich alle nur auf der anderen Seite, da hinten. Und zwar auf der Seite der Absperrung. Da hinten überall. Da sehe ich sie. Aber die sind irgendwie gegen das, was wir hier tun oder was die hier tun oder wie auch immer man das nennen will. Da frage ich mich, in was für einer Welt leben wir, wenn man gegen Gewalt ist, aber die, die hier rumlaufen... Ja. Ach, wisst ihr was? Ich mach erstmal Feierabend. Ja. Ach, wisst ihr was? Ich mach erstmal Feierabend. Wie spariert wird weiß ich ... ends. 为 hole ich ihnen? Es geht die Linke nicht nur auch in der northe side. Ich kann nein auf top nos. variants und vorausst 많 my time. Ich kann nein auf nach knowen auf dieDie Grünen. Ich kann nein auf nach Picture propaganda. Ich weiß nicht, ob nach Appockarnaölisés. Ich kann nein auf jeden Seite,) Pu picnic cambio. Ich kann nein auf battery propaganda girlfriend, ich kann keine Radio Sport during our left ist. Ich kann nein auf dasện Election propaganda machen. Und in der Folge noch einmal eine Durchsage an die Personengruppe, jetzt direkt neben hier, neben dem Lautsprecherwagen, vor dem Goetheplatz, auf dem Fußweg. Ich fördere sie erneut auf, da sie auch scheinlich zu der Versammlung gegen Lügen und rechte Hetze gehören, zu dem vorgegebenen Versammlungsort bei dem leuchtenden Baum vor dem Theater zu gehen. Ich wiederhole meine Durchsage. So, jetzt sind wir am Ende angekommen und wie man hinten hört, sie trommeln und, naja, was heißt am Ende, also das meiste ist vorbei. Ich würde mal sagen, wir können jetzt mal gucken, ob wir den Frank Magnitz nochmal finden. Vielleicht spricht er ja mit mir. Also, also, eben habe ich ihn gesehen. Ha! Jetzt habe ich ihn gesehen. Jetzt habe ich ihn gesehen und weil er mich schon erwartet, gehe ich mir hin. Wir müssen, das ist besser von dieser Seite. Können wir auch gerne, klar. Jetzt habe ich hier den Frank Magnitz. Spreche ich das richtig aus? Ich habe nämlich heute immer das L. Magnitz will ich immer sagen. Nein, 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 nein. Das ist völlig daneben. Erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit für mich haben. Ja, gerne. Kennen Sie RICO TV? Dann wird es jetzt Zeit. Ich bitte Sie, ein bisschen lauter zu sprechen, weil ich habe kein Mikrofon und kein Kameramann. Ich bin heute ganz alleine normalerweise. Herr Magnitz, heute vor einer Woche gab es einen schweren Tag. Formuliere ich das mal so. Wie sehen Sie die aktuelle Gewaltbereitschaft der linken Szene gegen AfD-Politiker? Ist das so harmlos, wie die Medien uns das verklickern wollen? Na ja, vielleicht schaut man sich hier ganz einfach mal um. Dann merkt man ja eigentlich, was hier los ist. Und ich glaube, man kann den Hass förmlich spüren, der hier so rüberschlägt. Das, was uns immer vorgeworfen wird, dass wir angeblich hassen und dass wir so schreckliche Menschen sind, genau das sieht man hier auf der anderen Seite der Absperrung. Und wirklich, es ist fast körperlich spürbar. Ich finde es schrecklich, was hier abläuft. Und das hier ist keine AfD-Veranstaltung. Aber ich habe für diese Veranstaltung sofort zugesagt, als die Einladung kam. Denn ich denke mal, gegen das Motto dieser Veranstaltung kann man nichts haben. Demokraten gegen Gewalt. Und wenn man dagegen demonstriert, dann demonstriert man, glaube ich, für Gewalt, oder? Muss ich das anders interpretieren? Also genau das Gleiche habe ich auch eben schon den Zuschauern gesagt, wo ich da hinten einmal rumgelaufen bin, wie die Damen schreien sind. Selbst ich wurde blöde angeflaumt, als ich den Bereichen betreten habe. Nur weil ich den Alexander Tassis begrüßt habe, da hieß es gleich, okay, der kennt Tassis. Das ist der Böse. Sie sagten gerade eine Veranstaltung, Demokraten gegen Gewalt. Ja. Wo ist die Bremer CDU, SPD, Grüne und wie sie alle heißen? Wo sind die? Gute Frage. Muss man, glaube ich, die Bremer CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke fragen. Wobei die Linke ganz eindeutig da steht. Die Organisatoren der Linken sind genau da. Haben Sie da von den Linken dort noch welche gesehen? Naja, ich hörte gerade, dass Herr Rabe, Herr Rabe, ehemaliger Bundestagskandidat und Vorstandsmitglied bei den Linken, Organisator dieser Veranstaltung. Also ein Herr Rabe, ich kenne diesen Vogel nicht, aber ein Herr Rabe von den Linken aus Bremen ist bei den Gegendemonstranten und findet das scheiße, dass wir hier gegen Gewalt demonstrieren. So ist es. Ja, das muss man mal so gesagt haben, Herr Rabe, fliegen Sie mal lieber woanders hin, wenn Sie sich hier nicht wohlfühlen. So. Herr Magnitz, ich möchte Ihre Zeit nicht weiter stören. Es ist auch ziemlich kalt. Ja. Ich wünsche Ihnen noch einen sicheren Nachhauseweg. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja, gerne. Haben Sie wegen diesem Vorfall, der jetzt passiert ist, haben Sie Angst, wenn Sie abends mal nach draußen gehen oder sagen Sie, meine Güte, mit dem Kopf durch die Wand, wir dürfen nicht aufgehen? Naja, mit dem Kopf bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ja, okay. Aber nein, ich habe keine Angst, aber ich bin wirklich umsichtiger, ich bin vorsichtiger geworden. Bin doch, glaube ich, sehr blauäugig und ein bisschen unbeschwert blauäugig ist als AfDler kein Problem. Das ist man ja so ein bisschen, ja, ein bisschen blauäugig und ein bisschen sehr unbeschwert durch die Gegend gelaufen. Und das mache ich in Zukunft doch etwas anders. Ich bedanke mich. Gerne. Rocken Sie Berlin, rocken Sie Bremen und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Okay, ich komme sofort raus, oder? Naja, ich bin bald in Berlin, im April, vielleicht sehe ich es hier mal da. Ja, gerne. Wenn Plenarwochen sind, sind Sie doch in Berlin. Ja, ja. Wenn der Nahwochensitz ist, ist er in Berlin, dann sehen wir ihn dann nochmal wieder. Ja. Dann komme ich nämlich. Ja, ja, gerne. Dankeschön, nochmal die Hand. Okay, nochmal alles klar. So war wir. Vielen Dank, schönen Abend noch. Ebenso. Tschüss. Ciao. So, da haben wir jetzt den, ja, den haben wir jetzt. Dann haben wir sie alle, oder? Oder haben wir keinen vergessen? Nein, wir haben noch jemanden. Und zwar eine Dame mit einer roten Jacke müssen wir noch finden. Die sehe ich gerade. Ich versuche einfach mal, ob sie gerade Zeit hat. Das ist nämlich die Organisatorin. Aber jetzt redet sie mit einem anderen. Ich gehe da jetzt einfach hin. Nein, du nicht. Er nicht. Halt, nicht weglaufen. Jetzt. Einen Moment. So, die Versammlung der Linken ist aufgelöst und, ähm, also beendet worden. Unsere ist jetzt auch zu Ende. Wir bekommen sogar jetzt noch einen Geleitschutz, ähm, zum Parkhaus, weil, tja, man kann sich das nicht vorstellen, aber wenn wir das nicht bekommen, haben wir echt ein Problem. Darum muss ich jetzt aufpassen, dass ich auch den Leuten irgendwie folge. Aber das ist der Umgang mit meiner Aussage. Ähm, ja. Die Polizei sagt, wir müssen jetzt los, damit wir sicher halt ankommen. Und darf ich mal eben den Christopher hier wegjagen? Ups. Kannst du mal im Stück vorgehen? Da, doch, doch, auf der anderen Seite. Ich will da jemanden interviewen. Hier habe ich jetzt, ups, hier habe ich die Katrin. Ja. Und das ist, ist jetzt ein bisschen hektisch. So sieht das aus. Ich habe auch leider kein Mikrofon heute. Ja. Kathrin, du hast heute das veranstaltet. Ja. Demokraten gegen Gewalt. Jawoll. Ähm, was hat dich veranlasst dazu? Veranlasst hat mich die, ähm, jüngsten Entwicklungen, ähm, die Gewalttätigkeiten gegen die Demokratie, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Zuletzt natürlich der Angriff auf Herrn Magnitz, wobei das nicht unbedingt ausschlaggebend gewesen ist, weil ich mich schon länger mit dem Gedanken trage, ähm, mich dagegen zu wehren und auch, äh, ein Zeichen dagegen zu setzen, dass man politisch nicht mehr frei denken darf. So. Wie, ähm, wie empfindest du das, dass wir jetzt unter diesem Schutz, also wenn ich hier so gucke, ähm, dass wir so hier abtransportiert werden müssen, äh, ist das normal? Ich halte das für sehr unnormal, ich finde das beängstigend und mache mir ernsthaft Sorgen, äh, um unsere Demokratie, wenn man hier nicht mal mehr frei seine politische Meinung, äh, sagen darf, ohne Gefahr für Leib oder Leben fürchten zu müssen. Bist du mit dem heutigen Tag zufrieden oder hast du dir mehr erhofft? Ich meine, wir haben ja festgestellt, CDU, SPD und diese heißen sind nicht gekommen. Bist du darüber enttäuscht? Ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass, äh, das, äh, das, äh, von allen Parteien heute hier wahrgenommen wird. Vor allem deshalb, äh, um eben das Zeichen auch noch entsprechend größer zu setzen und eben, äh, äh, solchen Angriffen auf die Demokratie sich auch zur Wehr zu setzen. Ähm, dass sie nun nicht gekommen sind, kann ich nicht ändern, aber es sind sicherlich auch viele davon abgehalten worden, äh, durch die, äh, Gegendemonstrationen, die es gegeben hat, dass sich viele dann eben auch nicht mehr hergetraut haben. Gut. Wird es nochmal, ähm, ähm, so etwas geben? Wirst du nochmal etwas machen oder war das eine einmalige Sache? Nein, das soll schon, äh, eine dauerhafte Aktion sein, ähm, natürlich nicht einmal die Woche, aber je nach Anlass, äh, würde ich mich schon veranlasst sehen, auch neue Aktionen, äh, zu starten. Gut, Kathrin, ich würde sagen, ich bedanke mich, ähm, es war ein guter Abend, es hat in Anführungszeichen Spaß gemacht. Hier ist ja. Ich habe natürlich gehofft, dass mehr Leute kommen, aber jetzt sind wir am Parkhaus und jetzt schnell zum Auto. Perfekt. Nichts aus. Dankeschön. Vielen Dank. Wo müssen wir jetzt hin? Hast du die Polizeiskorte drauf? Ein bisschen, wo lauft ihr mal vor? Ich weiß nicht, wohin. Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube da. Genau. Da? Ja. Wir müssen zum Parkhaus. Genau. Wir müssen jetzt zum Parkhaus. Genau. Also hier ist alles abgesperrt. Aber das ist gut. Ich habe mich neben den Herrn Emden gestellt. Aber ich denke mal, bei Herrn Emden passen Sie auf. Gut, jetzt muss ich bezahlen und vielen Dank. Könntest du die Zeitstation bitte mitnehmen? Ich habe keinen... Du hast noch einen Ort und Platz. Darf ich eben Tschüss sagen? Ich muss jetzt bezahlen und ähm, das war's. Dankeschön. Danke. 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 Danke.